Fassbinder wies beflissen auf die Sitzgruppe in der Lobby. »Wie gefällt es Ihnen in unserem Hause?« wollte der Hotelchef wissen und ließ sich auf einem Zweisitzer nieder, auf dessen freiem zweiten Polster sich der feixene Julius platzierte. »Ich hoffe, ich halte Sie nicht von irgendetwas Wichtigem ab!« Herbie verneinte zaghaft und fügte hinzu, dass ihm seine Unterkunft ausgesprochen gut gefalle. »Wissen Sie, Herr Lose, wir bemühen uns um Exklusivität in diesem Haus!« Selbstverliebt lächelte der erfolgreiche Unternehmer vor sich hin, lehnte sich dann weit über die Armpolster zu Herbie hinüber und sagte, »Ich kenne meine Pappenheimer! Wir haben immer wieder mal solche Heinis hier, die glauben, sie könnten hier mit Drahtesel und Rucksack auftauchen!« Er lachte schallend und Herbie stachte wie versteinert vor sich hin. »Meine Kellner haben mich zuerst darauf aufmerksam gemacht! Ich führe die feinsten Weine weit und breit auf der Karte, von der Memel bis zum Belt, möchte ich fast sagen! Naja, Sie haben heute einen 74er Chateau Lafitte bestellt, eine vorzügliche Wahl, wenn Sie mir diese Bemerkung gestatten. Ich habe viele Gäste, die einen guten Tropfen schätzen, aber ich habe selten welche, die sich diese Freude auch gönnen!« In Erwartung einer Erklärung lächelte er Herbie beseelt an und begann ausgiebig seinen buschigen Schnurrbart zu zwirbeln. »Sag jetzt nichts Unbedachtes und erzähl ihm vor allem nicht, dass du normalerweise mit einer Flasche Pennerglück vom Aldi vorlieb nimmst!« »Nun«, begann Herbie zaghaft, »ich habe meine Wahl nicht bereut«, und er atmete innerlich erleichtert auf, da er glaubte, eine besonders diplomatische Floskel gewählt zu haben. »Ha!« rief Fassbender. »Ich sagte es ja! Ich kenne meine Pappenheimer! Einen echten Weinkenner widere ich meilenweit! »Hellose!« Ein paar Sekunden lang herrschte Stille. »Darf ich Ihnen meinen Weinkeller zeigen?« »Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich finde, wie er das vorbringt, hört sich das wie ein Heiratsantrag an.« Herbie, immer noch verdattert, zog es vor zu schweigen, und dieses Schweigen deutete der Hotelier als Zustimmung. »Wunderbar!« Er zog Herbie förmlich aus der Sitzecke heraus und geleitete ihn mit festem Griff quer durch die Halle. Es hatte etwas von einer Verhaftung. Der Aufzug brachte sie in ein Kellergeschoss. »Hier entlang!« sagte Fassbender und lächelte ölig. Sie durchschritten zwei Feuerschutztüren, die Fassbender jedes Mal umständlich mit Hilfe eines klimpernden Schlüsselbundes aufschloss. Es wurde kühler. »Bisschen warm hier!« scherzte Herbie, um nicht in den Verdacht zu geraten, urplötzlich einen Kurzschluss im Sprachzentrum erlitten zu haben. Fassbender hielt in seinem schnellen Schritt inne, sah ihn erstaunt an und sprang zu einem Thermometer, das in ihrer Nähe an der Wand hing. »Donnerwetter!« hauchte er verblüfft. »Sie haben's aber wirklich im kleinen Finger lose! 8,5! Genau ein halbes Grad zu viel! Da muss ich diesen Idioten sofort Bescheid stoßen!« »Bisschen warm hier!« hauchte er. » »Bisschen warm hier!« hauchte er. » »Bisschen warm hier!« hauchte er. »